Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Terra Rising mit dem magischen Dreieck, mit Mr. Duri, Sashiya, aka Yoshimitsu und Mikandia. Hallöchen! Servus! Und uns hat es wieder nach Akarum verschlagen, obwohl wir ja das letzte Mal schon wieder geflohen sind, aber wir haben noch einiges zu tun hier. Denn es war erst der erste Teilabschnitt, wie wir hier sehen, die Sturm-Ebene haben wir gemacht, Berg Tyrannos und die Frostweiten warten noch auf uns. Leidergottes. Nur abwarten. Wie geht's euch, Freunde? Oh, ganz gut. Ja, man lebt. Bisschen kalt, aber sonst ist alles top. Ja, das Windrausche ist auch wieder zurück, natürlich. Oh mein Gott, frag die Bürger von Akarum nach was weiß ich. Dann gleich mal hierzu. Dann können wir jetzt wieder Frage-Stunde machen. Zum Geh, oder? Wenn ich träume, wo träum ich von dir. Ah, dann noch die ganze wiederholbare Dinger. Aber die sind alle wiederholbar, oder? Ja, ja. Also brauchen wir nichts anderes davon. Nope. Sehr gut, Freunde. Ist das hier eine Befragung, oder? Oder warum müssen wir jetzt mit jedem einzelnen quatschen? Könnt man meinen, oder? Mit den Nirebern noch. Die ist dir der Text durch, dann weißt du. Nee, danke. Danke. Ich kann nicht lesen, Mann. Seid gegrüßt. Ah, der war da unten auch noch ein Quest. So. Wo sind die anderen? Wo sind sie? Wo sind sie? Wo seid ihr, Freunde? Ah, links nur. So, so leistet ihr euch. Ah, wieder recht halbe Stadtlaufe, hm. Kann den Kampf nicht erwarten. Seid froh, dass die Stadt jetzt so groß ist. Na, ist schon aber da war. Achtung. Nee, Achtung. Die Spannung ist wieder ins Unermessliche gestiegen, seit wir hier wieder am Start sind. Ah, das ist ehrenvoll. Was will ich erwarten? Jetzt hier, beseitigt, jetzt kommt wieder das Wort der Stunde. Ja, jetzt geht's wieder los. Leute töten. Töten. Und müssen wir jetzt noch. Da bin ich, ich denke mal, wir müssen zur anderen Seite raus wie letztes Mal. Töten. Hm. Da könnte ich so recht, aber du will. Es erschließt sich mir einfach aus dem Kontext. Konstant. Ich würde Konstantinopels sagen. Es hat Konstantinopel. Es hat nicht so Sache beigetragen. Und wir sind am Berg Tyrannas. Tyrannas. Wer ist Tyrannas? Oder ist das der Berg? Vielleicht ist Tyrannas auch der Erfinder der Tyrannei. Wer weiß. Who knows. Stichhaltige Kommentare sind da angefragt. Ja. Oh mein Gott. Ah, nice. Schattenmittel hat erz. Mensch. Käfer. Die ersten Gegner. Ah, das sind sie ja schon. SBG. Servus. Schau, außer Range gegangen, der Depp. Wow. Was denn? Zwei Frankenmengel zum Start. Ah, wahrstücke. Alle für dich? Ach so. Zwei Stück Ware für mich. Oh mein Gott. Was für ein Start für Mikandia. Mit A. A.K.A. Mikandia. Stirb. Stirb. Boah, nochmal ein Fragment. Oh, Leute. Das ist schon zwischen Shia A.K. Oshimitsu, oder? Right. Das heißt, ich müsste das nächste bekommen. Nee. Da. Nee. Ich hab's mir verdient. Natürlich hat's keinen gedrofft. Und Leute, jetzt kommt's. Der Schleicher. Ein Klassiker, oder? Ist jetzt schon ein absoluter Klassiker. Boom. Ich hab gar keine MP heute wieder. Was ist los? Ich hab meine Leiste umgestellt, ey. Das ist voll verwirrend. Und ob er das zum Abbau ist? Bis ich's Körn da dran böne, ey. Ja, klar. Das braucht eine Weile. Na. Wir können ja ich gleich... Grünsparsplitter! Wir können ja ich gleich... Scheiße. ...hinde nochmal nehmen, oder? Dann nehmen wir ihn doch. Okay. Wir senden natürlich wieder weiter, Gretel. Ja. Duri muss wie immer sein Leben allein leben. Ja, das kriegt er noch, der Duri. Wenn er rückwärts läuft. Das hier und Mikandia lauft immer vorwärts. Ja, ist okay. Das war's jetzt. Wo? Wie bin ich? Ne. Da brauchen wir noch Hände. Hände! Gib mir deine Hände! Hände für die Wände! Die Wände. Rhyme-Rhyme-Gott, Sashia. Ey, yo, Hände für die Wände. Check it out. Put your hands up. In die Eier. Was ist denn das für ein Zwugel? Mach was draus, yo. Ich treff net. Sashia trifft sie nicht, wenn sie ist ne Bitch, yo. Ja, ich heil die Viecher auch noch halt. Kannst du die Gegner heilen? Echt jetzt? Nee, zum Glück net. Ja. Wär schon ein bisschen merkwürdig, wenn du die Gegner heilen könntest. Überleg mal, wie krass das wär. Medaillon des gebrochenen Herzens. Oh, Mikandia, was ist da los? Ja, das war aber nix gescheit. Ja, das war aber nix gescheit. Herzenbrächerin. Ah ne, Leichesammler. Untersuch die Leichen, wo haben wir denn die? Irgendwie... Ah ne, halt, das sind auch noch welche. Die brauchen wir auch noch. Ja, wir brauchen noch zwei Hände. Ah, echt? Neun von? Ne, eine Hand noch. Jetzt. Ah ja, jetzt. Jetzt ist das fertig. Geh mal hier mal weiter. Wir brauchen eine Leiche. Hier, da ist was Gelbes vor uns. Das hätte man die Leiche noch nie gemacht. Wo denn? Hier. Ne, warte, ich lauf falsch. Hä? Wo seid ihr? Das ist hier, ich bin da grad ein bisschen planlos. Ah, da hinten. Ich glaube, da hinten. Hier liegt die erste Leiche, oder? Grabstein. Ne, Grabstein. Kommt ihr für Psychomusik? Schlimm, gell? Ah, ich hab dann... Wohin führen wir uns unser Weg? Das Zweite brauche ich noch, der Ohne, sorry. Kein Problem. Das Zweite? Das Zweite? Das Zweite? Ah, ne, das ist noch weiter over. Das sehen wir noch gar nicht. Ja, Geld ist verwirrend. Es scheint fast, als würde das Gebiet gegen uns. Es scheint fast, als würde das Gebiet gegen uns. Arbeiten. Komm bitte zu dem rote Fragezeichen. Scheiße, steckt fest. Duril, steckt ja auch fest. Scheiße. Schau wieder. Ja, wir können ja auch. Mann, da. Oh, wir hätten wieder ein Lager erreicht, das genauso aussieht wie alles andere. Geil. Ja. Möge Kaya mit euch kämpfen. Möge Kaya mit euch kämpfen. Sag doch etwas. Keil. Seid gegrüßt. Keil. Ist mir eine Herr. Ah, wie wäre Kaya. Ah, kann das sein, dass das Fragezeichen auf dem Weg war, wo wir herkommen sind? Mhm. Dann müssen wir da wieder zurück. Ja. Oh mein Gott, wir haben einen Fehler gemacht. Ich suche es. Ich folge Sashia. Oder ne, halt, halt, halt. Stopp, stopp. Ihr ist ein Gegner, ihr ist ein Gegner. Ja, stopp, ne. Wir kommen auch von hier hin, glaub ich. Guck mal. Das ist da unten, bei dem anderen Lager da hinten. Ok, machen wir jetzt erst die Gegner fertig. Aber hier. You might be right. Ich lass jetzt schon seien. Und Sie müssen nicht geworfen. Ich hab Two-White. Ich hab's in der Zeit. Die Meistler streichen. Es gibt nicht die Macht. Das tut mir leid. Ja. Das tut mir leid. Ich hab's in der Zeit mehr. Das geht nur mit traded. Ich hab's in der Zeit. Oh, das wird es jetzt in der Zeit. So wird das nicht geworfen. Ja, gerade eben kam auch wieder wie so ein komisches Geräusch aus einem Horrorfilm, als wenn jetzt irgendwie der Mörder kommt und sein Opfer absticht von hinten Ja, die Musik allgemein ist eh relativ bedrückend Ja, ist echt schlimm Konzentrier dich Wir sollten mal ein Horror-Spiel zusammenspielen Du triffst ihn, du triffst ihn, komm schon Sascha, streng dich an! Das gibt's doch nicht! Aha, das Schleicher ist doch nicht begangen Sascha trifft den Gegner nicht Warum trifft Sascha den Gegner nicht? Weil der sich bewegt und dann hat Sascha ja gar keine Chance Ja, Sascha ist nämlich nur gegen schlafende Relaxos effektiv Ah, da hinten Schweinehund Ich muss sagen, die Grafik leidet wieder dermaßen Leidet wieder? Ja Ja Es hängt zwar nicht, aber es ist richtig, man merkt richtig, wie das halt durch den ganzen Schnee Wie es wohl langsam ist Jetzt sehen wir uns schaffen Das ist so furchtbar, das Gebiet kotzt mich richtig an, ohne Scheiß Komm her Ich bin noch da Du Du Vielleicht Bin's ja gar nicht ich Sondern Manuel Neuer Hahaha Leute, hier liegt doch Frank Menn rum, gell? Sascha, Elke Oshimitsuya Hä? Das Frank Menn gehört hier, hab ich gesagt Seit mir Wir kämpfen immer, wir müssen immer noch die Dinger hier besiegen Ich kämpfe auch hier Da ist es doch nicht doch gut Nee Alle sich nicht Außer, dass die Grafik so geschützt wird Schon wieder falscher Zauber Ah, wieder Frank Menn Hahaha Hahaha Lalalalala 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 Love, oh, love Yeses Wer ist Georif? Georif? Ja Wieso? Weil ich immer sage, Georif, Schweinehund Stimmt Falsche Tasche Vielleicht heißt das in ihrer Sprache, du Arschloch, oder so? Ah, sag mal Die kleine Dinger, die Nerven unmöglich, ja Miki, die nicht gerade Probleme bereitet Aber hast du was von? So, jetzt müssen wir mal in die Leichtes, oder? Achtung Vorwärts Wir reiten mal durch, oder? Ja, wir versuchen es Sie haben es geschafft Sag mal, wir versuchen es Die Menge ist unser Hier, kurz vor der Zitadelle der Folter Hier sieht man sie im Hintergrund übrigens Oh, hier sind überschüssige Armeevorräte Wo? Ich seh nix Leute, wohnen, Abmaunder Achtung, Sascha hier, du bist verfolgt Ich kämpf, du bist verfolgt Ich kämpfte Weg frei Ich seh nix Leute, Leute Was ist nix? Kommt mal wieder her Energiestern Ich seh nix Leute, Leute, dreht euch mal um Wo denn? Hier, ich hab was mitgemacht Fikantia, bringt ihr Familie mit Alter, Sascha kriegt gerade das Rest hier Ich hab ein Fragment Gebt denn? Na jetzt die Bombe Sascha, Aka, Oshimitsu, ich komme Sascha, ich rede hier gerade ein Leben, gell? Ich geh weg Du die Leiche untersuchen Oh, da liegt Gold Und er sucht die Leiche Hier liegt die Mann noch Ich hab ja schon alle gemacht Ich net Gold Müssen wir die Armeevorräte aussammlen Ja, die müssen wir aussammlen Ja, ich kann die Armee Was ist? Ich wollte die ganze Zeit nicht vorbeilaufen Ihr rennt die ganze Zeit auf die Gegner, nein Ja, die Armeevorräte sind da Komm, jetzt Sammelstellung Sammelstellung Alle da, go Dreieck Dreieck Quadrat, Viereck So, komm, das nächste Schleide hin, das nächste Schleide hin Drahtaus durch Töte, töte Net treffen Schnell, er schneidet tot Oh, ach so Ich hab dacht, der wär schon down Ne, ne Ab jetzt Zylinder Da hinten ist ne Leiche Boah, kam grad, es kam grad so n derbe Ton, ich bin grad so zusammengezuckt Ja, schon wieder hin, das ist brutal Ja Warte, vielleicht addet da nen, vielleicht addet da nen Der addet net, der addet net, komm, ne Leiche untersuchen Der addet net, weiterlaufen Ach so Ach so Der kämpft schon Der Schirr hat schon Angriffe Das sind doch kein Gegner für uns, alter So, weiter gehts, Leiche, Leiche, Leiche Da lang Das ist die letzte, oder, gewesen? Ne, wir haben noch zwei Fehler Boah, fuck Da hast du nen Sack Da hast du nen Sack Da hast du nen Sack Komm, den, 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 den Stil immer, den Stil immer Die sehn uns net Miki, die sehn uns net Ah ah Sashia, guck mal, der kommt uns genau an Sashia edit, nein Boah, Sashia, Sashia blockiert Boah, grad noch Krieg Ja, jetzt hab ich nenet Krieg Sashia hat blockiert, hä? Hihihi Warte, warte mal, wieviel haben wir jetzt? Drei von vier hab ich Dann hab ich nen doch Krieg Ja, sieh Aber ich hab, ich hab nix drückt, also ich hab einfach so mit Krieg Dann durchreide, durchreide Ne, adde, ne, adde Steal-Modus an, ihr habt ge-added Schreckfest Aber wieder alles ge-added Steal-Modus an Ey, wir sind doch kein, wir sind doch kein Tiefspiel, ich glaube Ich bin eher, eher ein Freund der Konfrontation anstatt des herumsteigens Da liegt der Fragment Für Sashia aka Yoshimitsu So, komm, ah, ich hab ge-added Wollen wir down? Ne Komm, nächste Leiche Wo denn? Wo denn? Zu Sashia? Sashia hat ge-added Na ja, ist ja nett Wo ist da Leiche? Ah, dahinne Sashia hat ge-added Sashia hat ge-added Mit von Schleck Boah, wie das für Scheißmusik Komm, los, Leiche noch so schnell Schürze des Küchenchefs Halt, uns fehlt noch ein Vorrat, gell? Ja Und ich brauche noch die Leiche hier Sashia hat ge-added Aber ich hab den Vorrat gefunden, komm mit Dahin Warte, ne, den krieg ich auch ohne Den krieg ich auch ohne Warte, alle, alle, alle ranstehen Und der sieht uns nicht, der sieht uns nicht Ja, sieht uns nicht Stilmodus an Jawoll Jetzt ab Ins Lager Zurück, rücke ins Lager, rücke ins Lager Sashia hat ge-added Dein Gesicht edit gleich Weißt du das ist edit? Komplimente Jetzt hab ich dein Diss in dein Kompliment umgewandelt So was nennt man Turnover Yeah Sashia hat ge-added Sashia hat echt ge-added Echt? Ne, sie gehört zu Miki Oder Miki hat ge-added Ich komm nicht weiter Sashia baut ab Sashia baut ab So, jetzt erstmal abgeben Geben und nehmen Ah, gab auch ein bisschen Gold Nice Drei Gold, oder? Ja Ja Also für uns insgesamt wahrscheinlich Für die Föderation Ne, das kriegt jeder selbst Hat jeder drei Gold gekriegt? Fünf habe ich jetzt gekriegt insgesamt Ich hab 18,40 Ach so was? 18,40 Gold hab ich bekommen Ich hab' den Gildemeister Bonus Sorry Leute Okay Oh, da hat noch ein Fest Kein Ding, Bro Check it out now Also wir werden Flüssig machen Wie viele Quests habt ihr jetzt noch? Drei gell? Ja, drei Ah, die eine muss man in Acker rum wieder abgeben Das kann man ja am Schluss machen Müssen wir da zu der Harole Die Frage ist, was soll man jetzt machen? Was sollen wir tun? Weiß nicht? Ich würde fast schon sagen Hier in diesem Lager Sollten wir eine kleine Raste einlegen In der kühne Palissade Denn Nun haben wir das erste Ja, die ersten Quests dieser neuen Reihe hier beendet Und jetzt müssen wir ja eine neue Pfad entlang laufen, oder? Ja, da vorne rechts dann Die südliche Straße zum Lager der Winterwölfe Oh mein Gott! Dann geht's Richtung Westen Westen? Westen? Hä? Wir müssen uns jetzt Richtung Westen durchschlagen Das sage ich jetzt mal Ich hätte gesagt Osten Ja, wir laufen erst so Richtung Osten und dann geht's ohne nach Westen Ok, stimmt Da gäbe ich dir recht Der Konflikt der Himmelsrichtung Was wird das? Ich würde sagen, das war's für heute wie wir wollen Und ja Wer sich mit Zahlen auskennt Der weiß, dass das die Folge 99 war Was? Was steht da? Ich kann nicht lesen, Mom Und danach kommt ja bekanntlich die Folge 100 Jetzt hätte ich so ein epischen Ton von vorher gebraucht Weißt du, so ein Horror Ding Ja Aber mir kann die er jubelt mal Danke Sashia für die originale Aufnahme Und ja Freunde, die Folge 100 ist ja bekanntlich etwas besonderes Und die Frage wird sein Was wird bei uns geschehen In der Folge 100 Werden wir hier sein? Bitte helft mir Lasst euch überraschen Werden wir Sashia retten in der nächsten Episode So viele Fragen Fakt ist Es wird Spezial werden Das war jetzt gut Das war jetzt gigantisch, oder? Wisst ihr, weil Special und Spezial hängt ja zusammenwörtlich Das ist richtig Das ist richtig Das ist richtig korrekt Und Cosmoprolet Und das war die Folge 99 Und ja, in der Folge 100 ist auch ein Donner Matthäus dabei Das war jetzt super Okay Bevor wir jetzt komplett abdriften Dankeschön fürs Zuschauen Und natürlich würde ich euch raten Dass ihr die nächste Folge nicht auslasst beim Zugucken Denn dann werdet ihr dümmer Wie Sashia A.K. Yoshimitsu Hallo Hi Hallo und tschüss Tschüss Bis zur nächsten, spannenden Folge Ne Sashia Duri Mikandia Eine Zahl Sie Eine Zahl In der Nexen folge Tschüss Tschüss Für alle Für alle